Servus Leute. Willkommen zurück bei Let's Play LF2 Special Version mit Davis X. Halt einfach dein Maul, fang an. Halt einfach dein Maul, genau. So werdet ihr ihn jetzt nennen. Halt einfach an. Gut. Wir waren letztes Mal stehen geblieben bei Stage 2. Jetzt gehts einfach weiter. Sag mal, bist du behindert oder was? Was machst denn du da? Ja, jetzt rutsch mal an. Alter, wie konnte ich ihn so stocken? Egal. Wir machen uns auf jeden Fall Stage 2 weiter. Stage 1 kam nicht mehr viel. Wo es letztes Mal abgekackt ist. Also, gehen wir nun. Hier weiter. Es wird wieder dunkel. Alles klar. Kann kein Mensch lesen. Also, wissen wir das nicht. Ich hab jetzt schon, da ist einfach. Ja, komm, die Stage noch, dann haben wir uns geschafft. Jawohl, da haben wir so gebangen. Ja, mach mal. Ey, hilf mir mal, du. Kannst du das machen, ey. Kannst du das machen, ey. Alles klar, Digga. Jawohl. Dingszene, ey. Oh, ganz viel Ads. What the fuck? Ich bin schwer in Mucke, alter. Autsch. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie was geht, aber... Ja, das ist blöd. Ich weiß noch ungefähr alles. Ah, alle drei Tasten waren uns auf dem Feld. Danke. Ach so, die Special, ja. Ja, ja. Darauf hätte es ja selbst kommen können. Ja, nein. Das... Ergess dich, die kostet Leben. Ich bin letztes Mal was gefunden haben. Jetzt lasst die Flaschen, wo ihr mies geworden. Du sollst auch nicht kaputt machen. Äh. Aua. Ah. Ja. Ja, wir haben einen. Haben wir einen? Ja, wir haben einen. Sehr gut. Aua. Mala. Diese Pfeile, ne? Ja, ohne Witz. Unglaublich, dringend auch mal was, ey. I need it. Ja, das ist schon ein anspruchsvolles Elf 2. Hier eine Flasche. Ja. Du bleibst am besten darauf vor. Hör auf ihn zu schlagen, wir brauchen den. Warte, wie... Das muss doch auf Ende gehen. Was denn? Diese Schneidtechnik, ohne dass man die Special einsetzt, oder nicht? Keiner... Ja, irgendwie, das stimmt. Ich meine... Ich kann auch so eine hier. Machst du die? Ähm... Springen verteidigen runter. Springen verteidigen runter. Springen verteidigen runter. Ja, dann machst du das. Das hat man schon mal. Das Ding hier. Äh, okay. Du kannst auch... Du kannst auch irgendwie was anderes. Ich glaube, ich hab den mal getestet. Naja, geh mal weiter. Geht. Geht nix. Ja, gut. Jawoll. Ich hab ja dieses Schleifen... Welches? Hä? Welches? Das Ding? Welches? Das... Achso, das? Ja, ja, okay. Das hast du. Aber sonst hast du nix noch nicht, oder? Nee, nee. So was halt nicht. Ähm... Aua! Aua! Alter, Jungs! Was ist's denn mit euch? Übertreibend wieder. Alter, Jungs, ey! Seid mal nicht so frech. Ah, Jackie kommt. Oh nein! Ja, den brauchen wir jetzt am allerwenigsten, ey. Du kannst noch nix, du Miesky-Gurl. Mobbing-Opfer. Mobbing-Opfer, Jackie. Seit über fünf Jahren Mobbing-Opfer, Alter. Okay, nicht ganz. So lange gibt's Davy-Six-Woldy noch nicht. Noch nicht ganz zumindest. Aber er ist mir mal als Mobbing-Opfer. Er hat sich darauf eingestellt. Er weiß es. Oh je, elf Stück. Ich hab mal das schon auf Schlangen gemacht. Jetzt fällt mir voll auf. Ich hab mal ne Flasche mit hinter... Ich geb sie dann auch gleich, wenn du sie brauchst. Nein, nicht mehr. Den. 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 Schnatch? Ich hab's doch hin geschnitten. Die müssen dann irgendwo liegen. Und sie hat es safe... Was ist ja schon safe. Ja, so ist das. Ja, immer noch irgendwie... Ich hab gedacht, bringt irgendwann mal eine solche Hauptgegner. Und so müsste noch kommen. wie gesagt ich weiß es nicht das ist überhaupt die letzte stage ist keine ahnung wir werden das gleiche lieben ja gut die kannst du ja ja aber die treffen uns werden jungs jetzt ist auch mal gut hier alle übertreibt halt 28 machen das jetzt alles klar du hast doch schon über 20 die kind was willst du ja aber da kommen noch mal so viele und bett ist am start so kommt jetzt doch jemand und ich habe keine mp das ist ganz schlecht sicher dass der bett ist ja doch der kommt da wenn man die jetzt besiegt haben sind die anderen 20 jetzt sind schick und mag erledigt natürlich geopfert nein die flieder mussten auf unserer seite rechtes jetzt kommt endlich mal was du bist du denn aus jungs das sind zwei fertig ja das ist der richtige was ist das für eine fake oder was da kommt noch eine muss noch den richtigen geben ok zum klon oder was ja das ist interessant endlich mal diese special version hat nichts anderes zu bieten als bandit zum hunter der kommt immer wieder und das ist der richtige wer ist jetzt ich dachte schwarz ist der richtige nein das ist der richtige das war voll verwirrend ok das ist jetzt so da kann man auch weder muss an dem stein kommst zu der proberi jetzt sind aber schon jetzt sind wir schon gut am start aber endlich mal was interessantes ja das muss nichts mehr machen ja ich auch nicht leute wieso ich mach du noch mal ich habe eh viel mehr kills als du also wenn wir annähernd so nigger beweg dich jetzt hast du mich grad nigger genannt nein du hast dir das gehört was sagt man für was missgeburt ja spaß wer uns kennt der weiß man darf uns nicht ernst nehmen alles was sie sagen ist alles spaß ganz gelohnt aus dem lichter die tun weh jeder denkt würden leute beleidigen weil es ihnen spaß macht aber es macht uns spaß genau so ist es nämlich auch ihr missgeboten spaß und justins ja jetzt schon ja wie gesagt wenn es nur zwei stages es gibt mein bett kam ja auch schon na gut wir sind die tauchen voll cool auf es ist mir auch aufgefallen dass ich auch explodieren jetzt war ich fertig alter alles nervt was müssen wir denn töten da irgendwas müssen wir töten damit es aufhört oder das ist das alles macht aber null schaden wenn es explodiert macht es voll reingerampft ist immer noch irgendwie muss man die flamme doch töten können oder doch das muss irgendwie gehen warum keine ahnung die einfach mal voll rein macht so schaden na gut ist ja aber echt wiese ganz ehrlich du kannst dem zeug ja gar nicht ausweichen aber es nervt es hindert mich daran technik einzusetzen ich glaube wir müssen die doch kühlen und sag ich doch und wie geschlagen naja mit techniken ok als bei mir geht es gut das bringt nichts oder doch wer ist wir haben wir geschafft weiter alle jungs ist das nicht euer ernst oder das ist jetzt wieder ein minuspunkt leute ganz ehrlich das ist jetzt echt wieder ein minuspunkt weil das wird langsam langweilig aua ja die kinder war schon die flamme ich schlage ja ok autsch aber ich helfe noch ein bisschen weil das ist auch schon ein bisschen langweilig die ganze auf die flamme zu schlagen deswegen würde ich es schnell machen alter ich meine das ist ja nicht gerade spektakulär hier ne ouch hier kommen wir die flammen bändige das ist echt spektakulär das ist richtig behindert alter er macht die flammen mal kaputt los kloppt die flammen zusammen ja alles klar ne du schaust gerade im sterben gell ne die fotze soll ich wohl dabei das kann die irgendwie nicht doch voll konzert da hat sie mich gegen jetzt ja ab und zu wenn sie bock hat macht sie es auch nicht ich werde jetzt geheilt siehst du was kommt jetzt crazy meine normale gegner ach du kommst du kommst hier auf einmal her warum gehst du die gleich darf ich nicht warum mach ich auch mehr spaß dann los bist du voll gefällig schon wieder voll am abkratzen nein ich will auch ein vogel gib mir den vogel gib mir den vogel trink noch was digger trinken für wuschies alles klar dann der offizielle ich zwar auch aber scheißlaut du bist auch nein Juuu jetzt muss das aber geschafft haben oder allah ok jetzt kommt der woody perfekt alle woody macht euch jetzt alle fertig und ich guck zu alles klar da guck ich hier ab geht ja ich mach mal schon fertig ne schaust du nie nie in wer kommt jetzt Dennis den kannst du hören das nie in ja gut ja das ging alles alles klar was für feiten g-fighter g-fighter also irgendwie ist das ganze nicht mehr spektakulär bis das kühl ja schon aber es ist halt wieder wie das normale dass die stage halt noch anders aussieht und techniken anders sind aber das sieht man ja immer gerne geschafft war die külsen in ordnung ja ich glaube das ist nicht mehr das ist normal das müssten mal sein ja das ist normal noch mal der vier der schirm ist auch normal sein ja da habe ich doch gewusst soll er das ist nach stage 2 aufhört er das kannst du klicken warum hast du jetzt so ein scheiß wohl ich weiß es nicht wie irgendjemand gesagt das ist gut ist aber gute kuchen naja gut zwei stages die halbwegs in ordnung waren aber es war bis jetzt da hatte ich das schlechteste 11 2 dass wir das später mal geht es gehe mal gucken was wir noch für 11 2 finden vielleicht das was er gerade sagt aber da muss ich gerade sagen dass das ziemlich am abgefuckt deswegen den special text ist eine richtig unfälle worte das ist das mit dem richtig unfairen special text ist ja das ist ja drei wobei das ist dann nein das ist nicht da doch das ist dann nein naja bis zum nächsten mal geht's weiter mit los denn und so tschau 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 tschau